so hallo leute ich habe mir gedacht ich mache doch noch ein kleines video von dem wagen bevor wir den wieder mit dem kumpel zurückgeben ja ich muss an dem wagen wie gesagt noch kleinere nacharbeiten machen einmal muss ich unten noch mal an die ölwanne bei der rücklauf adapter der da so plug and play zum reinschrauben ist und das adapter habe ich mir von vornherein schon gesagt er wird mit sicherheit nicht ganz geil dicht sein normalerweise schweiß ich immer was ein ich habe dem adapter eine chance gegeben natürlich hat der adapter versagt natürlich werde ich jetzt öl ablassen wandel runter weg werden vernünftigen rücklauf wieder schweißen für mich abspeichern diese einschraub der stinger das ist einfach nichts und das löst sich von selber und das ist auch von der dichtringe zwischen ist also ich halte nichts von oldschool wieder einschweißen fertig ja des weiteren hatte er hier den motor ich weiß ja nicht ob ihr euch so erinnern wird mit hammerschlag lack und was weiß ich nicht hat das alles lackiert und er hat hier eine einspritzleiste drauf gehabt seht ihr das die hat hier eine dalle da ist die voll reingebogen der benzinruck regler der da der dran ist da den haben sie schon richtig mit der zange misshandelt der ist komplett vermackt zusammengedrückt und was weiß ich nicht für geschichten also ich finde das nicht cool die einspritzleiste ihr könnt ja noch sehen das blau war die vorher und die ist so dick bemalert und überall hat die marken und ist überall so schief drinnen wie gesagt die war hier unten auch schon und nicht ist der ganze sprit die ganze zeit auf die ansau brücke hier getropft natürlich nicht während der fahrt hier so während des testens hat den ganzen den ganzen lack wieder aufgelöst das bedeutet für mich einmal alle stecker ab einspritzleiste raus einspritzleiste auch in eine mülltonne weil die leckt ich meine jetzt mittlerweile ist die dicht weil ich eine neue dichtung drin habe aber trotzdem für den kopf kann ich das ihm nicht mitgeben habe ich keinen bock drauf deswegen habe ich noch was ganz ganz seltenes und das werden wir ihnen hier rein bauen ich weiß nicht bis jetzt in der werkstatt liegt mein aufkleber habe ich auch schon drauf gehauen die ladeluftrohre hängen bei mir in der werkstatt einfach aus dem grund ich hatte mein bulzgerät nicht hier und jetzt habe ich das hier jetzt habe ich da wohl drauf gemacht jetzt mache ich das neu fertig also wirklich fakt was jetzt noch anliegt ist ladeluftverrohrung wieder rein bauen wie gesagt der ladeluftkühler soll tiefer wie bei dem anderen auch bis auf die letzte kerbe das machen wir heute fertig dass der tief hängt ich habe da zwei neue rohre bestellt dass der weiter runter kommt ja dann einspritzleiste das ding wieder lackieren und dann mit dem öl und wenn das fertig ist dann kann er den abholen kann er damit so nach hause fahren wie gesagt wir sind ja schon auf kurzer kennzeichen gefahren ohne probleme wie gesagt immer so ein paar kleinigkeiten liegen nur an von innen ist ja soweit komplett fertig da brauchen nichts machen der läuft der schaltet der springt sofort an der stand echt lange rum wir haben batterie reingemacht und er ist sofort angesprochen ja alles noch mal eben vernünftig zusammenbauen so wie sich das gehört und dann kann er den mitten im frontstuhstange habe ich ihn ja auch umgebaut und angepasst die andere ist weg die wollte er nicht mehr sehen ich konnte die auch nicht mehr sehen ja dann hat er dann schön v6 turbo umbau und dann geht er damit schön zur etp und lässt die bude eintragen hundertprozentig mit hier alles mit rückführung nix offen so wie sich das gehört 0,6 bar also nicht wirklich viel dampf kann man aber natürlich um zwitschen ist natürlich klar so wie es halt immer ist ja ich würde sagen ich schnack nicht lange rum ich flex da unten schon mal ab und wir fangen an den ladeluftklöde anzupassen einspritzleiste runter und so weiter und so fort also jungs dran bleiben bis später ciao so hallo leute wir sind zurück heute sind die teile für den golf 3 hier gekommen also die beiden rohre ich habe die auch schon abgeschnitten und fertig gemacht ja also das ding hat noch eine originale v6 einspritzleiste gekriegt eine nagelneue die ich noch hatte wie vorher gesagt die andere brücke wieder schön schwarz gemacht jetzt kommen so die kleinen dinger noch eben dran diese ladeluftseite schon komplett fertig hier hatte ich auch schon zugesägt das alte rohr liegt drin jetzt haben wir das neuere längere dran dann im rohr muss ich gleich noch mal bei batterie raus insgesamt schön tief gekommen die kiste wir gucken mal wieder nachher mit der stoßstange alles aussieht und passt schönen abstand zwischen kühler und ladeluftkühler ist auch schon geiles hier oben ist das wie gesagt alles nur noch eben gesteckt das wird dann vernünftig zusammen gemacht ausgerichtet festgeschraubt sowie auf der anderen seite halt auch dann ist das nicht mehr viel ich denke mal dann wird er so in der nächsten halben stunde denke ich mal wieder wieder laufen und dann können wir den auf rampen fahren dann lassen wir das öl ab dann hier kriegt er ein einschweißmuffe rein der neues öl drauf und dann ist ja auch fertig so sehe ich das also gar nicht lange weiter rum schnacken wir passen jetzt die andere seite an was heißt anpassen angepasst habe ich das schon ich habe auch schon lackiert richten den ganzen kram aus so wie er sitzen muss und dann ist das cool so würde ich das sagen also jungs dranbleiben seid gespannt geht gleich weiter ciao so jungs ich bin mit den anpassungsarbeiten soweit durch der kühler hätte wieder komplett vor alles angeschlossen alles verrohrt sowie das soll bisschen länger gemacht die rohre deswegen muss sich zwei neue bestellen hier müssen wir noch eben etwas regnet und mal eben einmal eben drüber wischen überall fingerabdrücke weg machen schläuche noch ein bisschen aufarbeiten den krümmer noch mal eben mit hitze schutz machen aber ich wollte jetzt eigentlich immer gucken weil er ja jetzt zusammen ist das ist fest das ist fest das ist fest erst dran ob die kiste denn läuft aber ich muss den gleich noch auf rampen stellen wie gesagt dann lasse ich das öl ab und dann bin ich eigentlich ganz guter dinge hier ich denke gerade schon ein bisschen am wammeln die zeit hat er den wieder kriegt aber da eine einspritzleiste kein banteng hatte oh ja man hört richtig aber lass ihn mal zu ende suchen Und noch sehr viel Luft, weil ich, wie gesagt, die ganze Einspritzgleich auch immer hatte. Und noch sehr viel Luft. Ah, der kommt so langsam. Der Stand jetzt aber ewig. Der braucht mal wieder einen auf die Zähne. So, ich habe die Rampen davor positioniert. Motor hat sich auch gefangen. War aber normal, man. Der steht ja hier auch nur mehr rum, als ich da da läuft. Seidenweich. Ja, Jungs, ich würde sagen, rauf auf die Böcke. Öl runter und dann Ölwanne weg, fertig machen. Stoßstange vor, empty, fertig. Geil. Also, Jungs, bis gleich. So, Jungs. Ich habe die Ölwanne alles fertig gemacht. Kiste ist wieder unten. Rampen habe ich hier unter den Golf geschoben. Jetzt ein bisschen los, äh, ein bisschen los, äh, ein bisschen nass. Regnet wie Sau. Ich habe einen ganz nassen Arsch, weil ich unterm Auto saß. Wie gesagt, ich habe dann alles schick fertig gemacht mit der Rückführung. Jetzt ist das alles schön top. So, Stoßstange ist auch fertig, schraube ich aber morgen früh erst vor, weil jetzt ist echt finster und ich habe keine Lust mehr hier im Regen rumzusitzen. Ja, Jungs, was soll ich noch groß sagen? Ich würde sagen, das Projekt ist abgeschlossen, Stoßstange vor und, äh, und Kühlergrill, das brauchen wir jetzt nicht noch zusammen machen. Dann werde ich ihm morgen Bescheid sagen, wenn ich das zusammen habe und dann kann er die Kiste abholen, ne? Da läuft 1a, wie gesagt, wir sind da ja mitgefahren. Das ist alles top. Fängt seinen Leerlauf schön. Ja, Jungs, jetzt fängt es hier wieder richtig an zu pinkeln. Ich muss jetzt auch rein. Ich muss mich fertig machen, weil ich bin echt nass bis auf die Ohrnerböcks. Wegen auf dem Fußboden legen hier und so. Ja, morgen Lenkrad mal sauber machen. Warum das als Einsätze so angeschimmelt ist, verstehe ich auch nicht. Naja, einmal schön mit warmem Wasser und mit dem Reiniger und dann ist das gut. So, Jungs, ich mache jetzt Feierabend. Ich werde für euch das Video noch schneiden. Und dann habt ihr erstmal wieder was zu gucken, ne? Also, Jungs, das war jetzt erstmal das allerletzte Video von der Kiste. Ich werde den zum Abholen freigeben. Denke ich mal, morgen, sobald ich fertig bin, nochmal alles durchprüfen, nochmal saugen, nochmal überlang wischen. Und dann werde ich ihn freigeben zur Abholung, wenn ich mein Kumpel Bescheid sagen. Also, Jungs, danke, dass ihr so zahlreich an dem ganzen Projekt hier teilgenommen habt, ne? Aber wir werden ja immer wieder Projekte durchballern. Ich bin mal gespannt, vielleicht schickt er mir mal ein paar Videos, wenn er damit am Ballern ist. Also, Jungs, haut rein, habt euch lieb. Wir sehen uns. Ciao. 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 Vielen Dank.